Seelsorgi-Vibes, Domian Lovelock ist am Start. Aber der Bruder hat mir ihr Insta gegeben, was soll ich denn machen? Seit vorgestern geht sie mir nicht aus dem Kopf. Bin 24 und hab mit einer Kontakt, die 34 ist. Ich kriege sehr viele Nummern von Frauen, aber die schreiben da nicht zurück. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Der André, Digga, der André hat ein Beziehungsproblem oder was? Oder was ist hier los, Digga? Ja, volle, volle, volle Riesentext, Anna. Okay, wir gehen mal rein. Seelsorgi-Vibes, Domian Lovelock ist am Start. Leon, ich war vorgestern in einem Club mit meinen Freunden. Und da war ein Mädel, die fand mich süß. Und ich fand sie auch sehr süß und attraktiv. Wirklich eine 10 von 10. Aber ich hab mich nicht getraut, sie anzusprechen, da ich zu schüchtern bin. Aber der Bruder hat mir ihr Insta gegeben, was soll ich denn machen? Seit vorgestern geht sie mir nicht aus dem Kopf. Also du hast auf jeden Fall ihr Instagram-Profil. Also du hast ihren Instagram-Namen. Sie fand dich süß, du fandest sie auch süß. Generell will ich dir da an der Stelle sagen, nächstes Mal nimmst du deinen Mut zusammen, nimmst deine Eier und gehst einfach hin. Und quatscht sie an. Ohne Rücksicht auf Verluste. Real Life ist immer besser als Social Media. Immer. Immer. Über Social Media kann man sich nicht fühlen, nicht spüren. Man kann Gestik, Mimik nicht abchecken. Deswegen ist brutal schwer einzuschätzen, was das Gegenüber denkt, wenn du irgendwas sagst und so. Deswegen immer erst in Real Life. Das ist das Allerwichtigste. Jetzt hast du natürlich die Chance verpasst und bist zu Hause und fuckst dich ab. Du hast aber ihren Instagram-Namen. Das heißt, Möglichkeiten sind immer noch da. So, jetzt musst du halt schauen. Also ich bin einer, ich würde so schnell wie möglich versuchen, mit ihr ein nächstes Treffen zu organisieren. Ich meine, sie fand dich süß, du fandest sie auch süß. Schreib ihr, sag ey, schönes Wetter, lass uns mal spazieren gehen. Lass uns Kaffee trinken gehen oder Eis essen gehen. Und dann Real Life machst du das Ding klar, Bruder. André, einfach schön ruhig bleiben. Nicht zu viel Aufmerksamkeit. Also sei einfach nicht nervös, sei einfach cool. Stell dir vor, du triffst dich mit deinem besten Freund, Bro. Und dann geht das alles gut. Trust me. Aber nächstes Mal, Bro, in der Situation sofort hingehen. Ich musste das früher auch lernen. Bruder, kann seit zwei Tagen nicht schlafen, sagt er. André, Bruder, ich küsse dein Herz. So einen brauche ich. Also ey, Mann, das wird mir echt, sowas wird mir auch Spaß machen. Andere Leute beraten die ganze Zeit bei ihren Sachen so. Wo ich halt beraten kann, ne? Fitness, Frauen, Spiritualität. Da einfach ein paar Tipps raushauen. Mein Kopf ist gefickt, Mann. Ne, ist nicht gefickt. Ich hab dir ja eben gesagt, was du machst. Du schreibst dir jetzt. Du sagst, hey, na? Wie war's? Hast du gut geschlafen oder wie war der Abend noch? Bla, bist du gut nach Hause gekommen? Alles klar. Ich auch. Ey, Wetter ist voll geil geworden. Sollen wir uns mal treffen? Fertig. Aber ist geil. Auf jeden Fall. Linus sagt auch stabil, André. Schönes Gefühl. Freut mich für dich. Ist geil, Mann. Ist so Ding jetzt. Du bist jetzt so nervös und so, ne? Nice. Go get her. So sieht das aus, Bruder. Und mach dir keine Gedanken. Hör auf mit diesen, ich kann mir vorstellen. Du denkst, okay, ich schreib, dann könnte sie das. Diese, diese, ja, diese, ähm, wie sagt man? Das machen wir Menschen, das machen wir Menschen voll gerne so und Szenarien ausmalen. Bruder. Das machen wir auf jeden Fall voll gerne und so Szenarien ausmalen. So von wegen so, ey, okay, wenn ich das sage, dann sagt die das. Wenn ich dann so und dann so. Diese ganzen Eventualitäten könnt ihr nicht voraussehen. Das gibt's nicht. Weißt du, was ich meine? So bleib einfach hier und jetzt im Moment. Bleib cool, sei ruhig und dann wird alles gut werden. I like that, man. Lovelock, der Date, Doktor. Feier ich, Bro. Feier ich, Mann. Das ist mein Ding. Das ist mein Ding auf jeden Fall. So, hat noch einer irgendeine, hat irgendeiner, noch irgendeiner hier ein Beziehungsproblem oder so? Kann man hier noch irgendjemandem unter die Arme greifen an der Stelle? Leon Love, Doktor. Geiler Name, ne? Leon Love, Doktor, Alter. Leon Love, Doktor, Bruder. Ey, der ist immer besser geworden, Bro. Lovelock, der Date, Doktor. Leon Love, Doktor. Leon Love, Dok. Ihr seid geil. Ey, machen wir ein Ding. Wir müssen ein Emote machen, Alter. Love, Dok. Okay, der nächste, der nächste Brie ist am Start. Der Leon entlockt die Love, Alter. Ey, uah. Der Eidefick sagt, Leon, ich kriege sehr viele Nummern von Frauen, aber die schreiben da nicht zurück. Das ist scheiße, Bro. Warte mal kurz. Sorry, Alter. Ich kriege sehr viele Nummern von Frauen, aber die schreiben da nicht zurück. Entweder gar nicht, nachdem sie eine Nummer gegeben hat oder nach Treffen, Anfrage, Fragezeichen, Tipps. Warum geben die erst Nummer? Bro, guck mal, das Ding ist, ähm, ich hab mal ein Buch gelesen, da ging's auch genau um das Thema, so, ne? Bei Frauen ist es so, das hab ich aber nur in dem Buch gelesen, ich kann's, also ich kann das aber auch schon teilweise bestätigen. Wenn du jetzt in Real Life, sagen wir mal, du triffst eine Frau, die gefällt dir, du gehst hin, sprichst sie an. Gute Vibes, die findet dich nice, du findest sie nice. Sie gibt dir die Nummer. Ihr geht, dann ist das Thema, dann, das, ab da geht's wieder neu los, Bruder. Weißt du, was ich meine? Wenn du dann sie anrufst oder das nächste Treffen, da geht's wieder von vorne los. Du hast diesen Stein nicht im Brett, dass sie dich einmal cool fand, kurz. Weißt du, was ich meine? Du musst sie wieder überzeugen. Wieder überzeugen. Mindestens zwei, dreimal, bis das so hängen bleibt. Hab ich jetzt, hab ich so irgendwo mal in einem Buch gelesen. Ich krieg's nicht mehr richtig genau zusammen, wie es genau beschrieben war, aber es macht auf jeden Fall Sinn. Nur weil sie dir ihre Nummer nicht gegeben hat, äh, nur weil sie dir ihre Nummer gegeben hat, in dem Moment heißt es noch lange nicht, dass du, dass du dann einfach irgendwas schreiben kannst oder irgendwas sagen kannst oder so. Weißt du, wie ich meine? Du musst trotzdem immer noch arbeiten. Da ist der Ding noch nicht, da ist es, äh, der Drops ist noch nicht gelutscht an der Stelle, ne? Anscheinend weiß er nicht, wie man, ähm, mit denen schreibt. Ja, anscheinend ist auch deine Verhaltensweise in Real Life eine andere wie beim Schreiben, aber das ist ja auch normal, weil da sind keine Vibes-Delivery. Kann sein, dass du jemand bist, genauso wie ich auch, der diese energetischen, den energetischen Austausch mit dem Gegenüber auch braucht, damit der Gegenüber dich überhaupt feiert, so. Weißt du, manche Leute ist einfach so. Bei mir ist es auch so, ich kann, ich kann nicht schreiben. Bruder, ich hab mir, glaube ich, schon voll viel verkackt, einfach nur durch Schreiben. Weißt du, was ich meine so, einfach, weil ich irgendwie so Ding, irgendeine Scheiße geschrieben hab, man, durch mein Ego irgendwas so, keine Ahnung, dann irgendwie die Geilheit durchgekommen ist oder irgendwas kommt dann so komisch durch. Was in Real Life nicht der Fall wäre, so, weißt du, da hab ich mich viel besser unter Kontrolle. Keine Ahnung, ich brauch auf jeden Fall Real Life wie Vibes. Deswegen würde ich auch dir empfehlen, zieh es danach, wenn du die Nummer bekommen hast, so, mach direkt ein nächstes Date aus. Mach direkt ein Treffen aus, treff dich mit denen in Real Life und dann wirst du schon sehen, was läuft oder nicht läuft, so. Ja, droppst du denn, gib mir die Lutschi-Vibes an, ja, droppst du denn, nein, gib mir die Lutschi-Vibes an, die Sprache, die ist gefickt. Oh, der Alpi Ace, auch sehr interessant, bin 24 und hab mit einer Kontakt, die 34 ist und zwei elfjährige Zwillinge hat, bin gespannt, wie es wird. Ah, okay, da hängt keine Frage mit drin, sehr interessant, kannst ja gerne in den nächsten Streams auch mal berichten, so. Also, das würde mich auch interessieren. Mein Bruder hat jetzt auch eine Freundin, die ist 35 und hat auch zwei Kinder, so. Ist schon, ist schon wild. Ich persönlich hab da noch gar keine Erfahrung gemacht, ich war, nur doch, ich war einmal mit einer zusammen, die ein Kind hatte, aber das war nicht lange. Und es ist auch auseinandergegangen, bevor ich das Kind überhaupt kennengelernt hab, so. Ansonsten hab ich da echt keine Erfahrung, ich wünsch dir viel Erfolg, Bro. Bro, du bist 24, kannst du eigentlich nur Erfahrungen dazulernen, so. Gibt dir bestimmt gute Erfahrungs-Vibes. Seid ihr schon zusammen oder wie sieht das aus? Alpi Ace fragt jetzt, ob mein Bruder damit gut klarkommt oder was er, was er, was sagt er so. Also, man muss dazu sagen, sie wohnt eine bis anderthalb Stunden Zugfahrt entfernt und die sehen sich ungefähr so von vier Wochen sehen die sich vielleicht zweieinhalb bis drei Wochen oder so. Ähm, weil er wohnt in Hannover, die wohnt halt drüben. Und, aber, er, er meint, das ist schon, also, sie hat ihn halt überzeugt, weißt du, er liebt sie halt. Und, ähm, ja, kommt dann mit der Situation so, klar, ich hab jetzt noch, also, er hat jetzt nicht groß irgendwie was gesagt, dass es ihn stört mit den Kindern oder so, weißt du, was ich mein, so. Im Gegenteil, er hat mir letztens gesagt, dass ihn die Kinder an uns erinnern, so. Ich schlöss dir. Weißt du, was ich meine? So, also, bis jetzt nur gutes Feedback an der Stelle. Kommt dein Bruder damit gut klar? Ähm, Eidefekt sagt, ja man, ich schreib direkt, lass treffen und so weiter, weil über Text kommt nichts rüber, keine Energie. Die, Bruder, durch Tinder erwarten die Romane, dies, das, bitte bilde mir dann immer ein, die wollen nur Bestätigung mit Texten. Sehr gute Mädels verstehen das auch und wollen direkt treffen, aber die meisten ghosten, what the fuck. Oh, Digga, da müsste ich jetzt nochmal tiefer in die Materie reingehen, gucken, wie du dich so, was du so machst, Digga, was du so fabrizierst, was das für Arten von Frauen sind und so. Das kann ich jetzt voll schwer beantworten. Wie gesagt, ich bin halt ein Typ so, ich bin kein Mann von vielen Worten, wenn es um Social Media oder so geht. Ich schreib drei, vier Sätze, danach entweder ruf an, ich telefoniere mit dir oder wir treffen uns so. Und dann kannst du auch mal so eine Ansage, kann man auch mal raushauen, weißt du, was ich meine so? Und das mögen eigentlich Frauen auch so. Bisschen dominant sein immer, ähm, nimm das Zepter in die Hand, mach mal eine Ansage, sag, komm, wir treffen uns jetzt, du hast keine Wahl. So, aber übertreibt nicht, immer schön noch Gentleman bleiben. Robo G45 sagt, glaube, das Alter spielt in gewisser Hinsicht keine Rolle, wenn die Chemie stimmt. Ja, kann sein, kann sein. Ich bin sowieso nicht so ein Altersmensch, ich vergesse sogar manchmal selber, wie alt ich bin, weißt du? Ist mir eigentlich scheißegal, so. Und das ist, glaube ich, der beste Weg. Hör auf deine Energie, auf dein Gefühl, so. Weißt du? Wenn du dich fühlst, nach etwas zu tun, dann tu es, egal, wie alt du bist oder nicht. Ich hab Kollegen gehabt, ähm, gar nicht so lange her, die sind so alt wie, die waren dann auch so 31, 32 und so, die haben gesagt, ich kann das nicht machen, weil ich bin zu alt. Sagst du, Bruder, du bist fucking 32 Jahre alt, Digga. Heutzutage gibt's das nicht mehr, ist nicht mehr so. Du kannst nicht sagen, mit 40, oh, mit 40, also so sind wir nicht. Ich glaube, unsere Generation generell ist nicht so eingestellt, weißt du? Ich auf jeden Fall nicht, ich bin so nicht und ich will auch nie so sein. Ich hab Bock, mit 50 noch voll der, so alles zu machen, worauf ich Lust hab. Und es wird auch genau so sein. Und ich lass mir da gar keine Grenze machen von mir. Ja, mit 50 kannst du doch nicht mehr, kannst du doch nicht mehr rappen, Digga. Ich sag, natürlich kann ich rappen mit 50. Guck mal, guck mal, wie ich rapp, Digga. So. André ist voll drin, Alter. Tschüss dir. Ach so, der Bruder von, du bist schon cool mit dem Bruder von dem Mädel. Digga, da hast du auch schon, schon die halbe Miete, Bro. Der Bruder von dem Mädel hat mir erzählt, dass sie sehr schwierig ist. Aber ich als Mann nehme diese Herausforderung an, Alter. Stark, Bro. Feier ich. Ich denk mal, hiermit haben wir den Love Talk, den Love Dog Talk an der Stelle hinter uns gelassen. Da kommt nix mehr. Dann könnten wir jetzt mal auf die ein oder anderen Videos reagieren. Eide Fick fragt, ich mein, was ist die unterste und oberste Altersgrenze für dich, um sich auf Frauen einzulassen? Auf jeden Fall volljährig ist auf jeden Fall mal das absolute Minimum, ne? Das ist ja klar, Digga, darüber brauchen wir nicht reden. Nach oben hin ist alles offen, Digga. Nein, also, Bro, es kommt auf die Energie an, weißt du was? Meine Ex-Freundin war 21, wo ich mit ihr zusammengekommen bin. Ich war da schon 28, 29. Altersunterschied von sieben Jahren, hat man schon gemerkt auf jeden Fall. Nächstesotrotz, Energie war geil. Wir sind zusammengekommen, war alles cool. Man hat es an den ein oder anderen Stellen gemerkt, halt so, dass man ein bisschen älter ist. Aber ansonsten auch alles cool so. Ich kann mir auch vorstellen, mit einer Älteren zusammen zu sein. Fünf bis zehn Jahre älter als ich, kann ich mir auch vorstellen. Also, es kommt voll auf die Energie an. Wie ist der Vibe? Wie ist die Energie zwischen uns? Mit dem Granny-Vibes machen. Ja. Was war die Älteste? Fragt Jan Corleone. Was war die Älteste, mit der ich was hatte? Boah. Ich glaube, das war ein Tulum. So 45, glaube ich, war die. 40, 45 so. Ja, Mann. Wild. Wild. Was soll ich sagen? So. Was war die Jüngste in den letzten fünf Jahren? Tschü, ich fünf Jahre, Dicker. Fünf Jahre? Die Elfte habe ich schon vergessen. Bro. Was ist das für eine Frage, Alter? Mach mal ein bisschen human. Bruder, die letzten fünf Jahre. Vor fünf Jahren war ich... 26, Dicker. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, wenn ich da noch in Berlin gewohnt hätte, in Berlin war mal eine 19, Bruder. 19, 20 so. 20. Nicht 19, 20, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher, Bruder. Aber generell bin ich eher so der Typ, der auf Frauen steht, die reifer, so ein bisschen reifer sind. Sogar ein bisschen reifer als ich, finde ich auch nice. Weißt du, wie ich meine so? Also ich bin so gar nicht auf Ding, so auf jetzt Jüngere und so. Weiß ich nicht, Dicker. Ich bin auch einer, ich bin auch gut auf Talks immer, weißt du? Ich mag schon auch ein bisschen zu quatschen. Und wenn da nichts kommt, ich bin ja ein relativ offener Mensch, der in seinem Leben schon sehr viel gesehen, gelernt, erlebt hat und so. Und deswegen auch sehr deep Talks gerne macht und sehr deep auch reingeht. Und wenn du dann merkst, dass jemand nur auf der Oberfläche ist, so, weil er vielleicht noch ein bisschen jünger ist, noch nicht so viel Erfahrung hat und so. Dann ist das so Ding, Mann. Dann tönt mich das so ein bisschen ab, weißt du? Feiere ich nicht. Kylie Penner. Ey, Digga, ich muss einfach nur hier sitzen und eure Sachen vorlesen und ich pisse mich weg, Alter. Er heißt einfach oder sie heißt einfach Kylie Penner, Bro. Kylie Penner, Alter. Wie lange schaust du schon keine Pornos mehr? Ey, kann sich jemand von euch daran erinnern, was das ungefähr für ein... Ich muss mal... Normalerweise bin ich so ein Typ, ich schreibe mir sowas auf. Bei dem Thema habe ich das vergessen. Also so vegan und so habe ich mir auch aufgeschrieben. Seit wann ich vegan bin. Aber das mit den Pornos, Alter, habe ich mir nicht aufgeschrieben, Mann, Alter. Es muss zwei, drei Wochen vor Ramadan gewesen sein. Aber es müssen jetzt mindestens schon einen Monat und ein paar Wochen sein. So. Das ist geil. Ich kann euch sogar... Bro, ich kann dir sogar einen Beweis zeigen. Warte mal. Damals, wo ich noch auf meine Favoriten gegangen bin, da waren sehr viele Sachen, die man eigentlich so lieber verbergen sollte an der Stelle. Mittlerweile, wenn ich auf meine Favoriten gehe, nur hier zur Kontrolle, dann seht ihr, häufig besuchte Seiten, da ist nichts mehr Haram. Da ist kein Haram mehr, Freunde. Haram mit Out, man. Also, Haram geht immer mehr raus aus mir, was sehr schön ist. Wir haben hier YouTube, YouTube Studio, Twitch, Emojis, Dashboard, Instagram, Stream Elements, Netflix. Kein Haram mehr, Freunde. I like that, man.